jo Leute und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening ja nachdem wir beim letzten mal versucht haben den Schlüssel zu finden noch haben wir den ja nicht gefunden ich wollte noch mal gucken wie ich den am besten noch finde ich wollte mal gucken wir haben 34 Moscheln wir brauchen noch ein paar deswegen würde ich doch erst mal Moscheln noch gucken wo wir noch welche kriegen können wo wir noch welche kriegen können weil ich mitbekommen habe ich bin ab 40 und da stand ja auch irgendwas mit dem das Schwert aufwerten das habe ich total vergessen stand dass du irgendwie 40 brauchst um das Schwert mit einem neuen Move zu geben den würde ich gerne haben sehr gerne deswegen ja können wir auch an Stellen jetzt ran wo wir vorne nicht hin konnten zum Beispiel so eine Stelle hier wo ein Geheimgang ist ja und dafür ist das Hund eigentlich wahrscheinlich da so wie ich das gehört habe ja und dafür noch 5 warum kommt man hier runter was kann man hier machen was ist hier was ist hier Du musst es doch irgendwas geben, oder? Wenn man hier schon lang kommt. Oder ist das einfach nur so? Für, ja, ja. Schwimm da einfach mal lang. Achso, ja, da war ja das noch, ne? Von hier aus kommen wir noch da hoch. Stimmt ja. Stimmt ja. Oh, wir müssen das Floßrennen nochmal machen. Wir müssen das Floßrennen nochmal machen. Ist hier wirklich nix? Autsch. Natürlich schwimme ich direkt da rein. Hier kann man nicht lang. Okay, das geht. Nice. Nice, nice, dass es funktioniert. Sind wir auch schneller, als wir schwimmen? Okay. Sind wir halt wirklich schneller, als wir schwimmen würden? Tschüss. Komm mal her. Ist da noch irgendwas? Nö. Kommt einfach nur so rein. Schade. Ich dachte, da wäre noch was. Okay. Ich wüsste nur nicht, wo noch was sein müssen könnte oder sollte. Doch, hier unten beim Zoo, ne? Hatten wir doch noch. Irgendwo hier war noch eine. Aber wie kriegen wir die? Ach, weißt du was? Egal. Egal. Äh. Äh. Genau. Genau. Ich wollte nochmal was anderes gucken gehen. Weil, wenn wir nicht was geguckt gehabt. Und es gibt da irgendwie noch mehr Fische. Wo du auch noch Muscheln kriegen kannst. Da gehen wir doch mal schauen. Weil, es müssten dann eigentlich noch mehr freigeschaltet sein. Da wir ja auch neue Fische gesehen haben. Guck mal da. Dann leuchtet das halt auch so. Möchtest du eine Runde angeln? Jupp. Welche Kühle möchtest du? Ich nehme erstmal den leichten. Feinheit gedrückt. Ba, ba, ba. Also, das ist mir... Viel Erfolg. Guck mal. Schieb, schieb. Nein. Ja, ich will weiterhangen. Ich habe noch Fische gedrückt gehen. Schieb, schieb. Guck mal. Hier, schieb, schieb. Oder du? Na komm. Komm. Hier. Toll. Ich glaube, das war zu weit. Na? Komm. Hier. Ja, komm. Ach, dummer Fisch. Die sind Fische manchmal, ne? Na komm. Ja, komm. Hier. Ja. Wow. Was? Ich wechsle meine Kühle auf dem Mittel. Mittel. Ups. Das war zu kurz. Natürlich. Ich wechsle. Ich wechsle. Das sind doch mal Fisch. Guck mal hier. Hallo. Ja. Ich darf wohl nicht drücken, wenn die hochspringen, ne? Ich hab dich. Ich hab dich. ein Blubber. Ein Blubber. Was? Dafür gibt es eigentlich die einen neuen Köder. Okay. Haben wir neun Köder. Einen schweren Köder. Willst du weiter angeln? Kann ich eigentlich diese kleinen Fische damit? Wahrscheinlich zu groß, ne? Der ist wahrscheinlich zu groß. Stamm ich mir den da unten. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hier, komm. Ja, weißt du. Fine. Ja, aber wir müssen halt aufpassen beim Ziehen, ne? Weil sonst reißt das. Was so richtig gemein ist. Ja, komm. Oh, der ist schön groß. Ja, hör doch auf, so zu ziehen, nimm mal. Na, komm her. Hab dich. Okay. Ja. Fauen sie hoch, ne? Jep. Ich will den da haben. Die will ich hier haben. Hallo. Hallo. Guck doch. Hier. Warum nicht? Junge. Toll. Hier. I think they're direct in ihnen drin, oder was? Ja, komm. Komm, lass zu. Was für ein doofer Fisch. Komm, hier. Ja, komm. Ich schnapp zu. Das hält ja was. Hm, hätte ja klappen können sofort. Äh. Na komm. Na komm. Es ist aber gut, komm. Lass mich verarschen, Junge. Nur kurz bevor wir haben, ne? Äh. Hm. Ja. Boah, ist der nervig. Hab ihn. Boah, Junge. Der war aber auch nervig. Na, wie groß ist der? 89,78. Hatte ich eigentlich nicht schon mal die grüne Größe? Äh. Äh. Immer noch den Gansschweren, ne? Äh. Tududu. Äh. Ja, komm. Äh. Nö. Ich will nochmal gucken. Ob der vielleicht... Nehmen wir das mal den leichten. Dass er mal die Anleitungen wiedergeben muss, ne? Obwohl du das schon kennst. Oh. Seht ihr das da unten? Köder wechseln. Äh. Äh. Schwerer Köder. Junge. Junge, Junge, Junge. Das ist ja meiner. Tudududududududu. Toll. Okay. Nein, 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 nein. Nicht... Ach, du Drecksvieh. Nein. Okay, lass mir. Ah. Okay. Ist weg. Der ist weg. Ein Durchraut rein und raus gehen soll, wenn ich das richtig verstanden hab, dass wir jetzt zurücksetzen, ne? Ups. Da. Aber ich hab jetzt keine Lust, was die ganze Zeit zu machen. Na, guck mal, das Huhn ist da drin. Nice. Du bist so blöd, ne? Du bist so blöd. Ist da immer drin geblieben. Really? Oi. Äh, ich will ihn haben. Aber man sieht das ja, wenn man hier... Weil das ja immer wieder da ist dann. Und ich glaub, das dauert sehr, sehr lange. War einfach nur reines Glück. Immer hier rein. Ist der immer noch weg? Jupp. Wo sind die denn, die beiden? Hm. Doch. Voll dagegen. Ah, okay. Mal gucken, wen wir haben. Solange hat's jetzt nicht gedauert. Mal gucken, wen ich schwänke, oder? Oh, guck mal, das ist wieder da. Aber diesmal ein kleiner. Nein, ne? Du wirst doch nicht immer gegenstupsen. Du sagst, komm. Schon wieder nicht? Oh, toll. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Ja, komm. Ja, weißt du. Ahn. Komm. Wieso klappt denn das schon denn nicht? Mal reagiert er, mal reagiert er nicht. Hh, 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 hh. Duh, du, 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 du. Wieder nicht. Hm, hm, hm. Warte mal. Zieh mal kurz rein. Nein, ich will weiter agieren. Ich drück mal den falschen Knopf. Ich glaub, das war nicht gut. Sack. Toll. Immer auf Augenhöhe. Manchmal klappt das auch gar nicht. Tü 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 tü. Komm. Ja komm. Komm. Du hästliches Kackvieh. Was für ein Mistvieh. Ups. Was für ein dämliches Kackvieh, ey. Ah. Mann. Die Sangen ist auch so nervig, ey. Schmiede nicht. Hm, 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 hm. Ah. So mal jemand anders. Ich geh den da durch. Na, beiß. Nein. Wow. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Was? Was soll denn das? Hä? Nimm mal den mittleren hier. Der mittlere ist halt langsam, ne? Wenn wir runtergehen. Der schwer ist halt natürlich schneller. Na, natürlich taucht ich da so einer auf. Ja, auch so lang zu ziehen. Ich mach mal eins im Drücken. Wenn ich zu weit wegkomme. Aber manchmal klappt das nicht, ne? Mäh. Komm, hab dich. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Oho, viele Leute behaupten, sie hätten den Herrn des Teils an den Hacken gekriegt. Aber du hast es wirklich geschafft. Oh, 133,28 Zentimeter. Ein großer, sauberer Gefang. Sauber gefangen. Hat man da Worte? Den verdienst du seit 90 Rubine. Na nun? Hat der Herr des Teiches was im Maul? Okay. Ein Kammestein. Das erste Mal, dass du einen in der Größe fängst, was? Dann gibt's zu dem nur anders eine Zaubermosche. Okay. Nice. Ich kann nur mal weiter. Obwohl, eigentlich war das doof. Ich will gucken, ob das noch leuchtet. War umsonst ausgegeben jetzt. Aber ja. Okay. Was haben wir jetzt da? Ich hätte gerne den Großen, ne? Mhm. Da ist der Große. Aber erstmal könnte ich den Schiebschieb fangen, oder? Ich glaube, der Haken ist zu groß, oder? Moment. Äh. Ich will nur Köder wechseln. Nimm mal den Leichten. Vor allem, bevor habe ich den ja fast gefangen gehabt, ne? Nein. Wow. Da musst du halt immer aufpassen, wenn der springt. Na? Nein. Jetzt habe ich dich. Na, geht doch. Du hast einen Schiebschieb gefangen. Seit wann treiben sich denn die in diesen Gewässer herum? So was. 51,3 cm. Ein richtiger Brocken von einem Fisch. Kein schlechter Fang. Von denen gibt es drei Silurine. Na nun? Hat der Schiebschieb was im Maul? Okay. Zaubermuscheln. Nice. Wie viele Zaubermuscheln fehlen uns jetzt eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Aber. Ich will das große Vieler unten fangen. Ich will den hier haben. Willi. Aber immer gehen die voll auf ihre Position zurück, ne? Oh, nein. So wichtig. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Junge, ey. Junge, ist das schwer zu kriegen. Uiuiuiui. Junge. Normalerweise werden Fische ja auch Regeln nach der Zeit, ne? Aber irgendwie hier natürlich nicht. Ja, Kompterfische. Hab ihn. Oh. Hab ihn. Sehr schön. Oho. Viele Leute behaupten, sie hätten den Hersteller des... Achso, ja. Äh. 169,7 cm. Ganz schöner Brocken. Hat man das... Hat man da Worte? Für den Verdienst versatte 120 Rubin. Oh, nicht schlecht. Das erste Mal, dass du an dieser Größe fängst, was? Dann gibst du diesen Anlass an den Kammerstein. Schon wieder? Really? Bist du weit? Nö. Warte mal. Okay. Nö. Mal gucken, leuchtet es eigentlich noch? Nö. Okay. Reicht doch. Wie viele Moschinen haben wir jetzt? 37. Ich wüsste nur nicht, wo jetzt noch welche wären. Aber ja. Egal. Äh. Äh. Dö, 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 dö. Dann gehen wir hier mal hier hoch. Und... Ja. Hallo. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Schubidubidubidubidubidu. Tschüss. Danke. Wir gehen erst mal wieder zum Hühnernstall hoch. Da sollen wir ja eigentlich auch hin. Und ich glaube, ich habe da was vergessen gehabt. Total vergessen. Na, guck mal. Machen wir noch weiter. Schwein platt. Indem ich falschen Knopf drücke. Statt den richtigen. Soll ich noch mal Äpfel? Danke. Und dann... Ab nach oben. Tschüss. Krieg alle nicht, wie immer. So, so, so. Boing, 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 boing. Hm. Wir mussten hier drüben raus. Boing, boing, boing. So. Dann mussten wir hier langt wieder. Äh. Welcher Weg war das? War das hier hoch? Nee, ich glaube, da hinten war. Ich glaube, das war hier. Ja, genau. Ja. Weil ich glaube, ich war so blöd und dachte, ich war hier schon drin. Da war ich nämlich noch nicht drin. Okay. Da war ich mit Sicherheit noch nicht drin. Ja, den können wir beiseite schieben. Aber dann kommen wir trotzdem nicht über. Alles klar. Den können wir beiseite schieben. Den können wir beiseite schieben. Gehen. 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 Gehen wir mal alles runterhauen. Ja, das geht ja. Gehen wir mal alles runterhauen. Ja. 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 Da oben ist der Schlüssel. Nice. Da haben wir den Schlüssel. Und die Steine sind wieder da. Ich nehme mal den hier. Wow. Ich habe mich gefragt, wo ist denn der Schlüssel? Ich habe mich echt gefragt, wo der Schlüssel ist. Und dann, ja. Da haben wir ihn. Du hast den Adlerschlüssel erhalten. Nice. Toll. Wow. Wow. Und ich war so blöd und habe ihn einfach nicht gefunden, ne? Aber so kommen wir auch zurück, ne? Jupp. Hm. Übrigens. Der sieht doch voll aus wie Luigi. Hey, Mann. Dein Gokko fliegt ja tatsächlich. Ist ja ein Ding. Mama Mia. Dann solltest du dich wohl mal an ihn dranhängen. Ach was. Hey, du. Lass das. Wenn man eine Hühner schlägt, fliegt raus, oder wie? Nochmal. Hey, du. Lass das. Wenn man eine Hühner ärgert hat, hat in meinem Stall nichts verloren. Okay. Okay. Wir müssen hier jetzt lang, ne? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Willi, ich geh weg. Ach du, du hängst das Ding schon wieder, ey. Die... Die Dinge hasse ich mir, die Pest, ne? Die hasse ich echt. Ach du auch schon wieder. Ach nee. Ich bin falsch. Geh weg. Ich muss hier wieder runter. Äh. Äh. Die, die. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, die. Hallo. Oh. Wir müssen hier lang. Okay, runterflattern? Ja. Okay. Und wieder durch diese Hülle durch. Ich geh erstmal nach oben, ne? Würde ich sagen. Weil... Den Tempel mach ich nicht mehr. Wir sind bei 30 Minuten. Autsch. Toll, ich bin so doof. Ich mach mal, ey. Really? Hier sind Ex-Dinger, ey. Ich lass mich auch immer treffen. Und wie gesagt, ich überlege... Dann halt auch das beste Ending zu holen. Aber ja. Dafür müsste ich dann nochmal einen neuen Spielstand anmachen. Noch einen neuen Spielstand anmachen. Okay. Noch einen neuen Spielstand machen. Und dann nochmal komplett von vorne beginnen. Aber das würde ich dann auch scena mal durchziehen. So, dass ich halt auch nicht sterbe. Wird dann... auch sehr spaßig werden. Nicht zu sterben. Dann heißt das immer vorher speichern, wo ich weiß, dass ich sterben kann. Und dann nochmal probieren. Bis ich nicht sterbe. Hm. Schau mir mal, ne? Schauen wir einfach mal. Falscher Knopf wieder. Typisch für mich. Tschüss. Weißt du was? Das wollte ich gar nicht. Geht hier drin eh nicht, ne? Es funktioniert. Ach ja, wir können ja was erhöhen dadurch raus, ne? Weißt du was? Falscher Knopf. Nein. Warte. Ich wollte es oben machen. Ja. Ich meine zwei Herzen von Nice. Warte mal, das war... Ich glaube, es ist doch eine Fee, ne? Ja. Gläser haben wir aber voll. Die Gläser haben wir voll. Aber das ist cool, dass man hier nochmal aufbauen kann. Sollte man viel mehr Herzen verlieren als ich jetzt, aber ja. Es ist sehr gut. Und die nerven ja auch noch alle. Tschüss. Tschüss. Hallo. Ja, gut. Dann würde ich nämlich es aber auch sagen, dass... Bevor wir hier dann in den nächsten Tempel reingehen, würde ich sagen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Und dann machen wir den Hardclaw Host, glaube ich, war das der Name. Ich weiß das nicht mehr. Das war der siebte Dungeon. Ja, Dungeon Tempel, egal. Und uns fehlen dann nur noch... Und wenn wir den haben, nur noch ein Musikinstrument. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau.